Hallo sehr und herzlich willkommen zum neuesten Video hier auf dem Kanal und ich möchte über das Spiel Die Waldlande sprechen, welches jetzt ganz frisch ausgeliefert wurde. Es war eigentlich ein Crowdfunding Projekt. Im Englischen heißt es Explorers of the Woodlands und im Deutschen heißt es Die Waldlande und ist bei Miraculous erschienen und wurde über die Spieleschmiede finanziert. Ihr könnt es euch jetzt holen. Ich glaube 45 Euro ist der Preis, für den es jetzt gelistet ist und in diesem Video gehe ich ausführlich auf die Regeln ein, auf die einzelnen Spielphasen, sodass ihr ein gutes Gefühl davon bekommt, was dieses Spiel ist, was es kann und was es vielleicht auch nicht kann. Also das soll ja auch für euch immer so ein guter Tipp sein. In einem anderen Video habe ich bereits ein Überblicks Video gemacht. Das geht rund sechs Minuten. Da zeige ich so im Wesentlichen die Mechaniken. Guckt dort gerne mal vorbei, wenn ihr einfach nur so einen kurzen Abriss haben wollt und gerne lasst mir einen Kommentar dazu da, ob euch das gefällt, wenn man bei allen Spielen werde ich das nicht machen, aber dann doch diese Dreiteilung hat zwischen Überblick, Regel und dem dritten Video, welches dann auch noch folgen wird, nämlich der Review, wo ich dann einfach das Spiel insgesamt rezensieren werde. So also in diesem Video gehen wir auf die Regeln ein von Die Waldlande. Wichtige Information für manche von euch hier noch an der Stelle. Das ganze Spiel ist mir von Miraculous als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt worden und ich habe da im Gegenzug gesagt, dass ich halt ein Regelvideo zu mache. Das mache ich hiermit. Viel Spaß beim Video. Alles klar, legen wir also los und schauen uns mal das ganze Material an. Keine Angst, das ist ja sehr erschlagen wahrscheinlich im ersten Moment, weil es sehr viel ist, aber ich erkläre euch alles Stück für Stück vom Spielaufbau bis zum Ablauf natürlich. Und ein Großteil dieser Sachen, was heißt ein Großteil, also ein paar dieser Sachen, vor allem bei den Token, die brauchen wir gar nicht im Grundspiel. Nämlich ich zeige euch das Spiel, wenn ihr das mit einem losen Szenario spielt, also einfach nur spielen wollt, ohne die Geschichte zu erleben. Die Geschichte lasse ich mal komplett außen vor. Dort gibt es bestimmte Token, wie die hier zum Beispiel, die erst in der Geschichte vorkommen, die Fragezeichen, ganz genauso. Das heißt, die Tokenvielfalt hier, die reduziert sich in der Hinsicht schon mal deutlich. So, zu Spielbeginn müsst ihr natürlich erstmal entscheiden, mit wie vielen Leuten spielt ihr und mit wie vielen, welche Charaktere nehmt ihr. Wir haben insgesamt in der Box vier Charaktere. Ihr könnt das Spiel von ein bis vier Personen spielen, wobei, wenn ihr das Spiel Solo spielt, ihr mindestens zwei Charaktere nehmen müsst. Und ich kann das an der Stelle schon mal sagen, obwohl das vor allem natürlich ein Punkt sein wird für die Rezension, das Spiel skaliert nicht so wirklich, muss ich sagen. Und es ist tendenziell mit vier Personen leichter als mit zwei Personen. Warum das so ist, zeige ich euch später. Wir machen jetzt aber der Übersicht halber, damit wir nicht so viele Charaktere umliegen haben, nehmen wir insgesamt nur zwei. Gut, und wir entscheiden uns einfach mal für die beiden. Orange und Lila, die kann man bestimmt gut farblich auseinanderhalten. Das heißt, die beiden gehen schon mal raus. Dann nehmt ihr, wie gesagt, euer Charakter-Tableau bestehend aus diesem Mipel. Den stellt ihr hier schon mal auf das Startfeld. Wir legen die mal hin. Dann seht ihr die von oben meist ja besser. Und dann nehmt ihr eure Charakterkarte. Auf der Rückseite ist nochmal euer Bild auch drauf und schiebt sie so hier drunter, dass ihr nur die Kosten seht, nämlich drei Energie. Das macht ihr mit dem anderen Charakter selber auch noch. Dann erhält jeder Spieler einen roten und einen blauen Stein. Den roten packt ihr auf eure maximale Gesundheit, was fünf ist. Und den blauen packt ihr hier auf die Null, also auf das Symbol. Das macht ihr mit jedem Charakter. Da gibt es auch keinen Unterschied. Dann nehmt ihr noch die Farben, die zu eurem Charakter gehören und legt sie oben. Also der lila Würfel dorthin, der orangen Würfel dorthin. Die beiden Würfel lassen wir mal bei der Seite liegen. Nämlich es kann Momente geben, wo man sie mit einmischen könnte. Aber die anderen Steine, die können wir auch wegnehmen, um hier weiter Platz zu schaffen. Die Startkache haben wir hier schon in die Mitte gelegt. Dann haben wir hier die Bosskarten, bereits gemischt. Dann haben wir hier die Monstertog daneben. Dann haben wir hier den Loot, die Schätze, die wir bekommen. Ereignisse, die wir lösen müssen. Und hier oben haben wir die Karten von den Mini-Erweiterungen. Zum einen die Höhlenerweiterung. Ich weiß gerade gar nicht, wie die genau heißt. Gucke ich gleich nochmal nach. Ja, die heißt tatsächlich Höhlenerweiterung. Sehr schön. Und daneben noch die Gasthaus-Erweiterung. Was hat es damit auf sich? Erkläre ich nur mal kurz an der Stelle. Ich würde es euch empfehlen. Nehmt sie gleich beim ersten Mal mit rein, weil die sind schon ganz cool. Das Gasthaus ist sehr simpel. Bewegt sich ein Charakter auf die Kachel mit dem Gasthaus-Symbol. Zieht er zufällig eine Gasthaus-Karte und führt die dann halt aus. Alle anderen Gasthaus-Karten werden nicht genutzt, denn es wird nur eine im Spiel benutzt. Kommt ihr während des Spiels, wenn ihr mit dem Höhlenmodul spielt, auf dieses Symbol mit der Höhle, dann könnt ihr diese Höhle bereisen. Alleine oder mit anderen Charakteren auf eurer Leiste, auf dem Feld. Und dann geht ihr so ein bisschen so, naja, Questen ist vielleicht zu viel gesagt, aber ihr müsst bestimmte Sachen erfüllen, würfeln, etc. Das steht dann auf den jeweiligen Karten. Es gibt immer eine A- und eine B-Karte, deshalb sortiert ihr diese Karten jeweils nach A und B. So, deshalb, aber das sind keine verrückten Module und deshalb würde ich euch sagen, nehmt die gleich mit rein. Die machen wirklich Spaß, gerade die Höhle hat uns, ja, doch einiges an Freude gemacht. Gut, genau, haben wir alles soweit gemischt. Genau, und jetzt müssen wir unsere Teils nochmal durchsuchen. Und zwar, hier seht ihr zum Beispiel die Höhle. Ich habe die eigentlich hier schon so bereitgelegt gehabt. Zum einen brauchen wir das Boss-Modul. Das legen wir raus. Und dann müssen wir noch, wie gesagt, entscheiden, wenn wir jetzt die Gasthaus-Erweiterung mit dazu nehmen, dann brauchen wir auch sozusagen das Gasthaus, welches hier abgebildet ist, mit diesem Humpen. So, dann nehmt ihr euren Stapel. Wenn ihr mit dem Gasthaus spielen wollt, wie gesagt, nehmt ihr das Gasthaus mit dazu. Müscht ihr alle gut durch. Wie gesagt, ich habe die ein bisschen sortiert, damit vergleiche ich die verschiedenen Symbole sehen. Gut durchmischen. Dann nehmt ihr von oben, ich nehme jetzt hier mal aus der Mitte, weil das wahrscheinlich normalere sind, zwei Teils. Das mit dem Boss zusammen mischt es durch. Und das ist ganz unten. Und die anderen legt ihr oben drauf. Soll einfach dafür sorgen, dass der Boss irgendwie zufällig unter den letzten drei Teils dann spawned oder beziehungsweise dieses Teil zumindest zu finden ist. Gut, die anderen Karten haben wir gemischt. Jetzt müssen wir noch entscheiden, ob wir oder mit welcher Schwierigkeit wir die Dornenranken angehen. Am Anfang würde ich euch empfehlen, nehmt ruhig einfach. Gibt aber auch normal oder schwierig. Wir nehmen jetzt einfach mal normal. Und dann könnt ihr noch entscheiden, aber das könnt ihr eigentlich auch im Laufe des Spiels, ob ihr mit wütenden Monstern und wütenden Bossen spielen wollt. Wir lassen die jetzt mal außen vor. Ich gehe nachher nochmal ganz kurz wahrscheinlich darauf ein und sage nochmal, was das ist. Aber auch hier, das ist eigentlich ziemlich selbsterklärend, wie das Ganze abläuft. Ja, und dann sind wir eigentlich so gut wie vorbereitet. Schön finde ich auch, derjenige, der die Anleitungen gelesen hat, der darf starten. Das finde ich gut, dass da nochmal eine Priorität darauf gelegt wird. Wir haben ja drüben nochmal ein paar Würfel. Die roten Würfel sind die sogenannten Aktionswürfel und die schwarzen Würfel sind die Kampfwürfel. Eure Würfel hier sind eure Machtwürfel, Charakterwürfel, die ihr dann halt später vielleicht mit einbringen könnt. Gut, der Rundenablauf ist ziemlich simpel. Es gibt immer zwei Phasen, die rundet. Die erste Phase ist die sogenannte Erkundung. Und dabei zieht je Spieler, also in unserem Fall 2. Nehmen wir mal an, oder fangen wir mal links an. Klitor fängt als Charakter an. Und der zieht von oben ein Teil und muss es hier irgendwo anlegen. So, hier haben wir dieses Teil, was bedeuten würde, wir mischen hier oben diese Dinge und legen sie hier drauf. Was wir dort machen, das kommt gleich dazu. So, und dann ist Betras dran und der hat diesen. Das hier zum Beispiel würde jetzt nicht gehen, weil hier keine Verbindung dasteht. Das auch nicht. Sondern so anlegen, dass wir hier eine Möglichkeit haben, auch anzulegen. Also es muss immer passend sein. Geht das nicht, nehmt ihr das Teil unter den Stapel und zieht eine neue Kachel. Musst du eine Kachel anlegen, aber der Stapel ist leer, was natürlich im Endspiel schon passieren kann. Und ihr habt den Boss bisher noch nicht gezogen, dann wird er spätestens jetzt gezogen. Sonst, wenn das Bossteil liegt, wird noch nicht zwangsläufig der Boss gezogen, sondern erst, wenn ein Held draufläuft. Außer es muss jemand nachziehen. Und es ist kein Teil da. Das dazu. So, und das ist auch schon die Erkundungsphase. Also ihr zieht pro Charakter einen Teil und legt es in euer Raster an. Ich denke, das ist ziemlich einfach. So, und dann ist der aktive Spieler dran. Ist ja bei uns Kleto. Und dieser würfelt mit den Würfeln. Und jetzt kommen wir zu dem Element des Spiels, nämlich es ist ein Würfeleinsatzspiel. Und dazu gucken wir uns mal ein bisschen genauer an, was wir denn jetzt Schönes machen können. Denn als erstes würfeln wir unsere Aktionswürfel. Dann checken wir, ob wir den Zustand vergiftet haben. Haben wir zu Spielbeginn natürlich nicht. Hätten wir den Zustand vergiftet, dann würden wir jetzt noch eine Gesundheit verlieren. Aber wie gesagt, haben wir ja nicht. Das prüft ihr halt immer zu Rundenbeginn. Wenn ihr Verbrauchsgegenstände habt, ihr habt hier unten drei Spots für Verbrauchsgegenstände. Ja, also hättet ihr hier Karten. Dann könntet ihr diese, nachdem ihr sie benutzt habt, solltet ihr sie immer umdrehen, könntet ihr sie wieder reaktivieren. Ich packe mal ein bisschen weiter hoch, dann seht ihr es besser. Karten gucken wir uns auch gleich nochmal im Detail an. Ich würde sagen, aber wir fangen erstmal an mit den Charakteren, denn da können wir uns dann die Aktionen anschauen. Gut, jetzt haben wir also gewürfelt. Jetzt können wir nochmal neu würfeln, allerdings nur einmal. Und wir müssen einen dieser Würfel behalten. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, ich behalte die 5, lege die dann hier schon auf mein Tableau und könnte dann mit den anderen Würfeln nochmal neu würfeln, wenn ich das denn wollen würde. Aber die Würfel-Würfel passen für mich eigentlich ganz gut. Jetzt platziere ich, wie gesagt, meine Würfel. Ich mache das jetzt mal wie folgt. Hier drüben noch drauf. Und die 6 gehen wir hier hin. Was es damit auf sich hat, das erkläre ich euch jetzt, wenn wir uns das Ding ein bisschen genauer angucken. Dafür zoomen wir mal ran. Zack. Weiter vielleicht. So, und nehmen wir unser Charakter-Tableau hier rüber, um das insgesamt besser sehen zu können. Also, wie gesagt, das ist ein Würfel-Einsatz-Spiel. Die ersten zwei Aktionen, die ersten zwei Zeilen sind bei allen Charakteren gleich. Ja, das seht ihr auch hier. Ist bei unserem zweiten Charakter ganz genauso. Nämlich, ihr könnt eine 1 bis 3, also 1, 2 oder 3, einsetzen, um euch zu bewegen. Das Unendlich-Symbol an der linken Seite gibt an, dass ihr so viele Würfel dort drauflegen könnt, wie ihr halt habt. Also, an sich 4. Alle anderen haben eigentlich immer ein maximal 1, beziehungsweise bei manchen Charakteren, sehen wir hier bei ihm, haben wir auch dort ein Unendlichkeits-Symbol. Also, genau darauf achten, wie viele Würfel ihr dort einsetzen dürft. Also, das erste ist die Bewegung 1 bis 3. Da ist es wie folgt. Wenn ihr euch bewegt, bewegt ihr euch auf eine andere Karre und führt die dort angegebenen Effekte aus. Genau, wir hätten jetzt hier auch noch einen Gegner und dort auch einen Gegner. Die kann man verdeckt hinlegen. Wenn man auf das Feld kommt, würde das Teil umgedreht werden und wir würden sehen, gegen was wir dort eigentlich kämpfen. Das also zur Bewegung. Ihr könnt sowohl auf euch bekannte Felder gehen, wie in dem Fall, aber ihr könntet auch ein unbekanntes Feld erkunden. Dazu zieht ihr dann eins von oben vom Stapel, müsst es wieder unter den passigen Regeln anlegen und dann, wir machen es mal so, könnt ihr, äh, müsst ihr, Entschuldigung, müsst ihr direkt dort draufgehen, egal was dort passiert. So, an der Stelle, wenn wir jetzt über die Bewegung reden, zoome ich auch noch mal ein Stück raus und wir gucken uns mal die verschiedenen Teils an. Wie gesagt, ich habe die mal ein bisschen rausgesucht, was wir dort an verschiedenen Elementen am Ende haben können. Ja, immer gucken, dass sie sie so verbindet, dass sie in Summe dann halt auch euch, dass sie betretbar sind und nicht irgendwie die Möglichkeiten verschließen. Genau, ich glaube, da haben wir jetzt eigentlich im Wesentlichen alle wesentlichen, ha, im Wesentlichen alle wesentlichen Symbole. So, gucken wir uns die noch mal schnell an. Zu den Verbrauchsgegenständen kommen wir gleich, tun wir mal so, der Charakter hätte die schon so. So, also an sich, ähm, am besten immer, wenn ihr die Sachen auslegt, legt ihr auch gleich die Sachen drauf. Hier drüben haben wir noch Monster. Hier haben wir den Händler. So, was hat es mit den ganzen Sachen auf sich? Also, wenn der Monster drauf ist und ihr bewegt sich, bewegt euch drauf und da stehen Monster, dann müsst ihr gegen die Monster natürlich auch kämpfen. Diese Symbole hier oben, das sind Runen in der Ecke. Die haben nur einen Einfluss auf bestimmte Ereigniskarten, beziehungsweise in der Kampagne kann da auch noch ein bisschen Einfluss mit reinkommen, also auf bestimmte Karten. Meistens sind die nicht so wichtig. Habt ihr hier ein Ereignissymbol, ihr geht auf dieses Feld, dann müsst ihr eine Ereigniskarte ziehen und abhandeln. Die sind meist nicht so gut. Wie gesagt, da können auch diese Runen getriggert werden. Geht ihr auf ein Symbol mit einer Höhle, dann könnt ihr halt euch entscheiden, diese Höhle zu erkunden, wenn ihr mit der Erweiterung spielt. Hier drüben haben wir ein Portal. Das Portal gibt euch die Möglichkeit von hier zum Startpunkt zurückzugehen. Ist natürlich, wenn es so nah beieinander kommt, nicht so superepig, aber kann an anderen Stellen natürlich sehr hilfreich sein. Dann hatten wir hier das Energiefeld. Da ist es wie folgt, wenn man auf dieses Feld geht, nehmen wir mal an, der Gegner wäre weg, erstmal müssen wir gegen den Gegner kämpfen, dann kann jeder Charakter, deshalb liegt pro Charakter hier eine dieser Energiekachel, könnt ihr diese umdrehen und dieser Charakter würde zum Beispiel vier Energie erhalten. Das würde rauskommen und das andere Energiesymbol wäre für den anderen Charakter. Also das ist, denke ich, auch klar. Dann haben wir, wie gesagt, noch den Händler. Der Händler ist wie folgt, ihr zieht drei Karten hier vom großen Stapel und legt die aus. Und das sind Karten, die ihr kaufen könnt. Die kosten jeweils drei Energie. Also das könnt ihr auch mit dieser Energie bezahlen, zu der ich dann gleich noch kommen werde. So, damit haben wir so gut wie alles. Genau hier die Dornen haben wir noch. Dornen können sehr nervig sein. Es gibt einen Charakter, der diese Dornen ignoriert, was sehr cool ist, aber der kann natürlich dafür andere Sachen nicht. Und die ignoriert er auch nur, wenn er eine fünf oder höher würfelt. Ja, und für die Dornen haben wir ja hier unsere Dornen- Rankenkarte gezogen. Und das heißt, geht ein Held auf dieses Feld, dann würfelt er, guckt auf die Dornen-Ranken-Karte und würde dort sehen, ah ja, ich würde eine Energie verlieren. Also ihr seht, einiges ist los mit den verschiedenen Teils. So verhält es sich halt mit denen, wenn ihr diese findet. Wie gesagt, hier habt ihr eigentlich so gut wie alle Symbole jetzt abgedeckt. Das Lager hat noch den Vorteil, wenn ihr dort eure Runde beendet, dann bekommt ihr eure gesamte Gesundheit wieder zurück. Gut, das halt zu den Teils. Und dann haben wir natürlich das Boss-Teil, was noch ganz unten drin liegt. Gut, gehen wir also weiter nochmal auf unsere Charaktere ein. Wie gesagt, die erste Möglichkeit ist dieser Punkt mit der Bewegung. Dann haben wir die zweite Möglichkeit, eine vier oder höher einzusetzen. Und da hätten wir dann den Punkt, dass wir dann mit Energie entweder Karten kaufen können, was natürlich keine schlechte Sache ist, von dem Aspekt her. Oder wir können auch unseren Charakter weiterentwickeln. Nämlich, wir sehen hier für drei Energie, wenn wir die jetzt ausgeben würden, dann können wir die Karte hier weiter schieben. Deshalb haben wir auch hier bei drei und bei fünf dieses Dunkelblaue als Erinnerung. Wichtig ist, wenn ihr fünf habt, könnt ihr nicht direkt auf die gehen. Ihr müsst erst die Karte für drei freischalten und dann für fünf. Hier wäre es so in der Abenteuerphase, also du darfst bei jedem Kampf einen Kampfwürfel neu würfeln. Das ist die individuelle Stärke von diesem Charakter. Und die Fünferstärken sind in der Regel auch wirklich sehr, sehr, sehr mächtig. So, das heißt, Bewegung hat jeder Charakter von eins bis drei und vier oder höher. Damit könnt ihr euch eine Energie geben. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo sich die Charaktere unterscheiden, nämlich die unteren beiden. Die sind bei allen Charakteren anders. So, und das machen wir mal wie folgt. Ich lege die mal hier hoch und dann holen wir noch die anderen beiden mit dazu. Und dann gucken wir uns... Mal ein bisschen da zurück. Ja, hat ein bisschen gedauert. Dann gucken wir uns mal die verschiedenen Fähigkeiten an. Fangen wir an mit Kletor, den wir ja gerade auch spielen. Wenn der hier eine fünf oder höher hinlegt, dann kann er andere Charaktere, ihre Einwilligung vorausgesetzt, mit tragen auf das nächste Feld. Die sparen sich also ihre Bewegung, wenn wir denn Bewegungen vollziehen. Ist ein sehr mächtiges Instrument, wie ich finde. Die Helden können auch jederzeit absteigen, können also nur eine Bewegung mitmachen oder so und sich dann sozusagen fallen lassen. Hier drüben bei der fünf haben wir dieses Symbol stehen, was uns anzeigt, dass Betras halt beliebige Statusmarker, wie zum Beispiel vergiftet, der hier eckig ist, oder halt die Dornenranken, die bei uns legen können, dass wir die abwerfen können. Sehr cool. Hier drüben haben wir dann noch die Möglichkeit, dass wir, hatte ich schon gesagt, bei Sylia Dornen insgesamt ignorieren, wenn wir eine fünf oder höher einlegen und Xavi ist ein sehr guter Supporter, denn er heilt alle um einen Lebenspunkt, die auf seiner Kachel stehen. Bei der sechs ist es ganz ähnlich als Spezialaktion. So, Kletor, das Schild, denke ich auch ziemlich selbst erklärend, er blockt damit einen Schaden, was natürlich nicht schlecht ist. Bei Betras, der kann hier nämlich mehrere entlegen, sehr, sehr mächtig. Dieser kann jeden Würfel, der dort drauf liegt, als zusätzlichen Kampfwürfel würfeln. Sehr cool. Dann haben wir hier unten Sylia, der gibt plus eins auf dem Würfelwurf und Xavi hat die Möglichkeit, dafür ist diese Eisflocke da, Gegner einzufrieren. Das gilt sowohl vor dem Kampf, während des Kampfes und Einfrieren bedeutet ganz einfach, dass diese keinen Schaden an euch machen können. Okay, also das zu den Charakteren selber. Jetzt erkläre ich euch noch schnell das hier oben, nämlich, was soll das denn? Hier ist es so, wir können mit Würfeln beliebiger Zahl hier unseren Machtwürfel freischalten, den wir dann im Kampf zum Beispiel mit unterstützend würfeln können, denn normalerweise kämpfen wir im Kampf nur mit einem schwarzen Würfel und da ist natürlich nicht schlecht, einen zweiten Würfel dazu zu bekommen. Wichtig ist, der Charakterwürfel, dieser Machtwürfel, der gilt immer nur für jeden Kampf deines Zuges. Den kannst du nicht etwa einsetzen, wenn die anderen Charaktere dran sind. So, was können wir noch machen? Wir können natürlich unsere Beutekarte nutzen. Da gibt es verschiedene. Es gibt welche mit dauerhaften Effekt, die haben hier gar nichts abgebildet. Dann gibt es welche, die hier ja so eine zerstörte Karte anzeigen, die, das könnt ihr euch schon denken, abgeworfen werden müssen, nachdem ihr sie gespielt habt. Und dann gibt es noch eine weitere Kategorie. Also hier ist nochmal ein weiterer Würfel. Also es ist auch schön dargestellt mit den Bildern. Aber wo sind sie, wo sind sie, wo sind sie? Genau, hier. Diese Karte muss, wenn sie eingesetzt wurde, umgedreht werden. Und die wird halt dann, wenn ihr wieder dran seid, wird die als aktiver Spieler zurückgedreht. Die anderen Spieler, die gerade nur zugucken, bei denen setzen diese Effekte nicht ein. Ich denke, das ist auch ziemlich klar. So, und jetzt möchte ich aber noch mal ganz kurz auf die Energie eingehen, die wir jetzt ja hier haben. Was können wir also alles machen? Wir können, wie gesagt, unsere Karte aufleveln, indem wir sie weiter rausziehen, je nachdem, welchen Status wir dort aktuell haben. Wir können mit Energie einkaufen, nämlich hier, haben wir ja schon gesehen, bei unserem Händler, die Karten, die ich dort oben hingelegt hatte, die können wir dort shoppen. Und ein ganz wichtiger Punkt, ihr könnt mit einer Energie, die ihr ausgibt, immer einen Kampfwürfel neu würfeln. Wichtig ist, das gilt nur für die Kampfwürfel, also nur für schwarze Würfel und niemals für einen eurer Machtwürfel. Das ist eine kleine Regel, die ihr euch merken müsst, sonst macht ihr euch das Spiel erheblich leichter. Und das wollen wir ja nicht, dass wir das Spiel betrugen. So, das also zu den Charakteren. Das heißt, wir nehmen die beiden hier wieder zurück, legen unsere Charaktere hier wieder nach unten. Aber bevor wir jetzt wirklich wieder rauszoomen, möchte ich euch ganz kurz noch die Monster erklären, nämlich wie die aufgebaut sind. So, drehen wir die mal um. Die sind auch total simpel von ihrer Struktur insgesamt aufgebaut. Nämlich, oben links seht ihr den sogenannten Schildwert. Das ist der Wert, den ihr mit eurem Würfel übertreffen müsst. Das heißt, bei diesem Charakter brauchen wir eine 4, 5 oder 6, um einen Schaden zu machen. Bei diesem Charakter reicht sogar eine 3, 4, 5 oder 6. Der Gesundheitspunkt gibt an, wie oft ihr diese Zahl benötigt, um diesen Schaden insgesamt machen zu können. Falls ihr es nicht schaffen solltet, euren Gegner zu besiegen, dann erhaltet ihr den Schaden, was bei beiden in dem Fall zwei Schaden wären. Und unten rechts ist dann eine Strafe noch angesehen, wenn ihr aus dem Kampf euch zurückziehen müsst, also Niederlage insgesamt habt. Hier werdet ihr vergiftet, bei denen gibt es keinen Negativ-Effekt. Die grüne Krone, die gibt euch an, was ihr bekommt als Belohnung. Ihr kriegt hier jeweils eine Energie. Und weil diese ein Geist ist, dort sind nämlich auch alle verschiedenen Monster haben unterschiedliche Eigenschaften. Bei Geistern ist es so, die werden halt wieder zurück eingemischt. Jetzt kommt noch ein Punkt dazu, was ich vorhin schon erwähnt habe. Ihr könnt, wenn ihr das möchtet, auch mit wütenden Monstern spielen. Und dann seht ihr, die bekommen nochmal zusätzliche Effekte. Also zum Beispiel so ein Geist, der kommt sofort zurück ins Spiel und ihr müsst ihn nochmal besiegen. Danach kommt er aber komplett aus dem Spiel raus. Ja, dann haben wir Schlangen. Da werden alle Teilnehmer, die im Kampf teilnehmen, werden vergiftet. Also ihr habt ja diese verschiedenen fünf Kategorien. Und das könnt ihr, wenn ihr schwerer haben wollt, könnt ihr das mit reinnehmen, mit diesen wütenden Monstern, die euch das Leben zusätzlich schwer machen. Ja, oben rechts werden euch Resistenzen oder Schwächen angezeigt. In dem Fall plus eins der lila Machtwürfel, was ja für unseren Charakter zu passen würde, wenn ein Kletor mitkämpfen würde und den Machtwürfel freigeschaltet hätte für den Kampf. Dessen Augenzahl wird um eins erhöht. Hier wäre es beim gelben bzw. orangenen Machtwürfel. Der Fall, es geht aber auch andersrum, dass es Minus haben kann, dann ist es ein Widerstand. Und dann gibt es noch später, vor allem bei den Bossen, dann auch richtige Resistenzen, dass manche Machtwürfel überhaupt nicht mit eingebracht werden können. Wichtig, das gilt für Machtwürfel, aber nicht halt für die Kampfwürfel selbst. So, die packen wir jetzt also wieder zurück. Haben wir uns die Monster auch angeschaut. Und damit können wir eigentlich wieder in unsere Totale zurückgehen. Zack. Und ich möchte euch nämlich auch jetzt mal kurz noch mal zeigen, was man hier im Zug machen könnte, weil dann zeige ich euch nämlich auch gleich wie ein Kampf funktioniert. So, wir erinnern uns zurück. Es war glaube ich eine Eins, Drei und Fünf. Die Fünf hatte ich hier schon auf die Schuhe gepackt. Wir haben ja eben gelernt, Kletors Fähigkeit ist, andere Charaktere mitnehmen zu können. Wir wollen uns zweimal bewegen und zack, die Sechs nutzen wir, um insgesamt noch mal Energie zu bekommen. Genau. Ist ja egal, dass der Rest jetzt liegt. Das wäre natürlich sonst eigentlich nicht der Fall gewesen. Aber machen wir jetzt so. Das heißt, wir nehmen unseren Betras Huckepack und gehen hier rüber auf das Feld. Und als allererstes müssen wir natürlich unseren Gegner offenlegen. Haben wir mehrere Gegner, also Gegnergruppen, gegen die wir kämpfen. Dann müsst ihr sie sortieren. Sagen wir mal, hier drüben haben wir ja zwei liegen. Genau, wenn der Wert gleich ist bei 4-4, könnt ihr euch das selber aussuchen. Aber eigentlich liegt der Charakter oben, der schwächer ist. Also immer von schwach nach stark runter. Und dann müsst ihr sie nacheinander bekämpfen. So, jetzt sind wir aber in den Kampf reingekommen. Wir überprüfen erstmal, wie viele Kampfwürfel haben wir. Und zwar jeder Charakter, der am Kampf teilnimmt, hat erstmal einen Kampfwürfel. Und da seht ihr schon, was ich vorhin meinte mit Skalierung. Denn wenn wir natürlich zu viert spielen und mit vier Charakteren reingehen, haben wir insgesamt vier Würfel. Spielen wir alleine. Also mit zwei Charakteren, die er ja mindestens haben soll. Dann habt ihr halt nur zwei Würfel. Also ich finde da die Skalierung nicht so glücklich. Ich habe da zumindest nichts gefunden in den Regeln, dass da irgendwas angepasst wird. So, jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten, wie am Ende natürlich so ein Kampf ausgehen kann. Nämlich entweder wir gewinnen oder wir verlieren. Wir haben ja unsere Werte schon gesehen. Und wenn wir jetzt gemeinsam kämpfen, heißt das, dass alle, die auf der Kachel stehen, ihre Kampfwürfel einsetzen können. Wichtig ist, Betras, weil er nicht dran ist, dürfte nicht seinen Machtwürfel mit einsetzen. Das wäre ihm nicht erlaubt. Und auch seine Karten kann er nicht einsetzen, außer dauerhafte Effekte. Also Karten, die man nicht flippen muss oder abwerfen muss. Also einmalige Sachen gehen nicht. Dauerhafte Effekte gehen schon. So, jetzt würfeln beide. Er hat eine 3. Und hier haben wir die 5. Wir prüfen und sehen, okay, wir brauchten einen Hit, der über 4 ist. Betras hätte es nicht gehabt. Klitor schon. So, dann kriegen wir die Belohnung unten links, eine Energie. Wir sind hier natürlich noch bei 0. Und ihr könnt ihr jetzt unter den Beteiligten, die auf der Kachel waren, wichtig, es gibt später Fähigkeiten, wo man vom Nachbarfeld mitkämpfen kann, die kriegen keine Belohnung. Also die kriegen aber auch keinen Schaden. Ganz wichtiger Punkt. Aber als Belohnung können wir uns jetzt eine Energie geben. Hätten wir aber auch ihm geben können. Also damit kommt der Charakter raus und kommt auf den Ablagestapel, also das Monster. So, jetzt hatten wir ja die Möglichkeit vor Ort, dass wir uns dann eine Kachelian gucken können. Das machen wir gleich. Kriegen hier nochmal plus 4 Energie. Sehr schön. Was bedeutet, wir können auch gleich auflaufen. Das ist alles keine Aktion. Und schicken hier unsere Karte rüber. Das heißt, wir dürfen jetzt auch Kampfwürfel neu würfeln. So, wir haben jetzt insgesamt Huckelpack jemanden genommen, obwohl das für die ganze Runde gilt. Aber wir haben uns einmal bewegt. Die Energie hatten wir ja auch schon genommen. Also von daher sind wir in der Hinsicht ganz gut dabei. So, jetzt bewegen wir uns aber alleine weiter. Bleibt da. Geht noch ein Feld insgesamt rüber. Und dann sind unsere Aktionen von der Sache auch durch. Und als nächstes wäre Bertras drin. Ganz kurz nochmal, wenn ihr verloren hättet, erhält erstmal der aktive Spieler eine Strafe. Die unten abgebildet ist. Also in dem Fall wäre Kletor vergiftet worden. Das hätte Bertras nicht bekommen. Wenn ein Charakter außer Gefecht ist, hat er 0 Lebenspunkte. Das kann ja passieren im Spiel. Dann wirft man alle Effekte ab. Also ob man vergiftet ist oder Dornen etc. Und beendet sofort seinen Zug. Mit einem Heiltrang kann man für 2 HP wieder geheilt werden. Es gibt die Möglichkeit erster Hilfe. Also der aktive Spieler darf jemandem aufhelfen. Und die Kosten dafür sind so viel Energie, wie Spieler am Spiel teilnehmen. Also da skaliert es dann doch ein bisschen. Das heißt, er hätte zu viert. Müsste halt insgesamt 4 Energie aufbringen. Und so oder so heilt ein Charakter immer dann nur einen Lebenspunkt. Wenn er, wie Bertras zum Beispiel, ausgenockt hätte sein können. Und dann für einen Lebenspunkt hätte ihn Kletor auf dem gleichen Feld wiederbeleben können. Oder erste Hilfe leisten können. Das also zu dem Punkt. Genau. Das Spiel habt ihr insgesamt verloren. Könnt ihr euch vorstellen. Wenn alle gleichzeitig außer Gefecht sein sollten. Ja. Ich denke, das ist logisch. Gut. Gruppenkampf. Nochmal ganz klar. Wie gesagt. Die Strafe kriegt immer nur der aktive Spieler, die unten abgebildet ist. Aber alle von den zwei Schaden kriegen zumindest einen Schaden. Das heißt, Kletor würde zwei Schaden bekommen. Hätten wir jetzt verloren. Und Bertras hätte einen Schaden bekommen. Wie schon gesagt. Die Belohnungen könnt ihr beliebig aufteilen. Unter denen, die auf dem Feld selber sind. Es gibt dann noch die Option eines Rückzuges. Das geht aber nur, wenn ihr eine Bewegung noch übrig habt. Und nicht gegen Bosse. Gegen Bosse könnt ihr euch nicht zurückziehen. Dann kriegt ihr halt dann nochmal Schaden. Und eine Strafe wird auch mit abgehandelt. Und dann bewegt ihr euch auf eine offene oder sogar eine verdeckte Kachel. Was natürlich sehr riskant sein kann. Und das gleiche gilt auch bei einer Niederlage. Gut. Monstergruppen habe ich euch schon erklärt. Jetzt würden sozusagen die Würfel rübergehen zu Bertras. Und er würde seinen Zug vollziehen. Ja. Bleibt zu guter Letzt nur noch die Sache mit dem Bosskampf. Suchen wir mal die Bosskachel raus. Super. Passt ja. Und legen sie hier unten an. Wie vorhin schon gesagt. Der Boss spawnt nicht sofort, wenn wir die Bosskache legen. Sondern entweder, wenn dieser Stapel leer ist und jemand nachziehen muss. Oder wenn ein Held oder am besten natürlich Huckepack dieses Feld in Summe betritt. Hier wäre es ja so. Ach, der Schatzmarker ist auch noch klar. Wenn der Schatzmarker legen, legt der Schatzmarker hin. Und zieht dann halt Schatzkarten. Ich denke, das ist logisch. Ihr bewegt euch auf das Feld. Da wäre ja noch ein Monster gewesen. Dann müsst ihr erst immer die Monster bekämpfen. Und ihr zieht halt zufällig vom Spiel gut durchmischen. Oder ihr wählt einen aus, wenn ihr jetzt einen bestimmten Boss spielen wollt. Und nehmt diesen Boss raus. Dieser Boss ist ganz ähnlich aufgebaut wie die Gegner. Er hat vier als Erwartungswert. Vier, fünf oder sechs machen Schaden. Da braucht ihr vier von. Also da seht ihr, da müsst ihr schon mit ein paar mehr Leuten ran. Und insgesamt macht er für zwei Leute Schaden. Also der haut ganz schön rein. Ihr nehmt dann einen blauen Stein. Ihr habt nämlich einen mehr als Spieler. Und legt ihn gleich auf das Feld ganz links. Und bei jedem Spielerzug geht dieser ein Feld weiter. Und am runden Ende, also nachdem alle dran waren, im Uhrzeigersinn, geht er immer noch mal ein weiteres Feld nach vorne. Und ihr könnt schon ahnen, kommt der Stein dort hinten an und müsst rausgehen. Zack, habt ihr das Spiel verloren. Also so viel Zeit habt ihr nicht. Der Bosskampf läuft ganz ähnlich. Alle, die am Kampf beteiligt sind, können halt ihre Würfel würfeln. Allerdings, bevor ihr angreift, müsst ihr erstmal gegen diese Tabelle würfeln, was ähnlich wie bei den Dornenranken funktioniert. Das heißt, in unserem Fall hätten wir jetzt hier eine sechs gewürfelt und würden halt hier den Effekt auf sechs machen. Ihr seht, von zwei bis vier hat dieser hier vor allem Resistenzen gegen Machtwürfel. Genau, ja. Und das ist eigentlich der Bosskampf. Der ist halt nicht groß anders wichtig. Ihr könnt euch halt nicht zurückziehen. Das heißt, do or die, das Finale ist halt das Finale. Und dann müsst ihr halt gewinnen. Ja, und hier gibt es auch die Möglichkeit, wenn ihr das noch ein bisschen schwerer haben wollt, habt ihr hier die verschiedenen Bosse und könnt diese Karte mit dazu nehmen, um halt die Bosse auch noch zu wütenden Bossen zu machen. Also ähnlich wie bei den Monstern könnt ihr hier am Schwierigkeitsgrad noch ein bisschen rumdrehen. Gut, das waren alle Regeln, die ich euch zeigen kann zu den Wildlanden. Wie gesagt, in die Kampagne gehe ich nicht über. Die Kampagne hat insgesamt fünf Missionen. Aber da möchte ich euch nicht spoilern. Das könnt ihr da nach und nach entdecken. Das Kernspiel bleibt aber das Gleiche. Es sind die gleichen Teils. Es kommen keine anderen Sachen dort mit rein. Also von daher ist das in der Hinsicht nichts Verrücktes. Ja, ich hoffe, dass ich euch das alles gut und vernünftig erklären konnte. Wenn nicht, Fragen, Anregungen, vielleicht auch Korrekturen, falls ich was falsch gemacht haben sollte. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es alles gepasst hat. Gerne unten in die Kommentare rein. Die Rezension wird in den nächsten Tagen folgen. Könnt ihr euch dann auch schon drauf freuen. In dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.